Markus 11, als Jesus zum Feigenbaum kam, und als er keine Frucht daran fand, da hat er gesagt, keiner soll von deiner Frucht mehr essen. Und am nächsten Morgen, als er daran vorbeiging, da war der Feigenbaum vertrocknet von der Wurzeln. Und an diesem Beispiel, Jesus lernt Jesus seinen Jüngern zu beten. Er sagt, habt den Glauben Gottes. Als er kam und zu diesem Feigenbaum sprach, hat er zu mir gesagt und mit dem Glauben Gottes gesprochen. Und er hat gesagt, fahrlich, ich sage euch, wenn einer so ein Werk sagt, erhebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, so wird ihm das, worum er bittet, geschehen. Was bedeutet, den Glauben Gottes zu haben? Das bedeutet, den Glauben so anzuwenden, wie Gott ihn anwendet. Gott kam nicht nach unten auf die Erde, und sagte, jetzt basteln wir. Hier haben wir die Erde. Hier haben wir die Erde. Er hat Glauben in seinem Herzen. Und er hat gesagt, die Erde soll entstehen und es wird Licht. Amen. Und genau so eine Glauben, Gott sagt Gott, habt ihn, habt den Glauben Gottes. Und mir hat es auch in Wahrheit sehr gefragt, was sind Berge? Wenn Jesus davon sprach, dann war es auch sofort verständlich, dass er gesagt hat, dass wenn einer so ein Werk spricht, dass er von den Problemen sprach, die wir aus eigener Kraft nicht bewegen können. Die Schwierigkeiten oder irgendwelche Umstände, die wir aus eigener Kraft nicht lösen können. Jesus sagt, habt den Glauben Gottes und sprecht zu dem Berg. Und in der Regel tun wir Christen das so. Und wenn etwas auf uns, wenn etwas bei uns eine Irgendwas was wir nicht machen können, etwas entsteht, was wir aus eigener Kraft nicht lösen können, dann rufen wir zu Gott. Und wir sagen, Gott bitte räumt diesen Berg, was man will. Aber Jesus sagt, ich habe dir die Macht gegeben. die ganze Macht, die Jesus vom Teufel zurückgebracht hat. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht. Und er sagt, ich gebe euch Macht. Und er sagt, ich gebe euch Macht. Warum? Um zu Gott zu rufen und zu sagen, Gott räume diesen Berg weg. Gott sagt, ich gebe euch Macht. Gott sagt, ich gebe euch Macht. Er hat nicht gesagt, dass er alle Probleme und Schwierigkeiten und Schwierigkeiten unsere Leben bekommt. Aber er hat uns vollmacht zu befehlen zu befehlern, 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 zu befehlern. Und Gott sagt, Jesus sagt, wer auf einem Wort sagt, «Du, создан по образу и подобию Божьей, ты искупленная дитя Божьей, ты тот, кому дала вся сила и власть, ты тот, кому дала вся сила и власть, и когда Бог сотворил землю, он сказал, «Господствуйте!» Владычествуйте! И все, что Дианал украл, через лошадь, Иисус вернул через свою смерть и он говорит в своей церкви Владычествуйте! Господствуйте! Регируйте! Устрояйте Царство Божье! Хочу то же задание, которое было у Адама расширять и заботиться с засадом Божьим! Тоже задание ты, Нич, ты и я Дети всемогущего Бога мы не просто какие-то люди, мы дети Божьи, мы родственные свыше, которые были вытащены из тьмы, которые были вытащены из тьмы, переведены в Царство Света! Адама! Это ты и я, у которых есть предназначение, которых Бог избрал, изкупил, дал силу и вложил предназначение жить на этой земле! Мы не просто дышим и живем на этой земле! У нас есть предназначение! Абе! Скажи, у меня есть предназначение! У меня есть предназначение! И я избрал Бога! Я избрал Бога! Чтобы быть Солю! Чтобы быть Солей! Чтобы быть Светом! Аме! Халалюйя! Und das, was in Korinther 4.13 geschrieben ist, ich habe geglaubt und danach habe ich gesprochen. Ich habe geglaubt und deswegen gesprochen. Und vom Überfluss des Herzens sprechen wir uns. Wenn dein Herz erfüllt ist mit dem Glauben und dem Wort Gottes, dann ist es sehr leicht, am Glauben zu sprechen. Halleluja! Wenn jemand hier ein Zeugnis hat, braucht man nur ein Zeugnis. Vielleicht gibt es mir ein Zeugnis. Vor ungefähr zwei Monaten habe ich meinen Finger in die Tür eingeklemmt und er war dann schwarz und dann ging der Nagel ab. Und dann hat er gesagt, wir können dir so einen Schuss auf deine Tage auspfen. Und vier Wochen sind vergangen und es war wunderbar. Und beim nächsten Mal, ich weiß nicht, was passiert ist, aber nachdem man mir die Nägel gemacht hat, dann fing der Finger unter den Nacken an sich blödsinn. Ich dachte mir, soll ich jetzt noch mal den Nacken abreißen? Ich habe so Thermoregel bekommen, die werden rot, wenn es nukkel wird. Und wenn es kalt war, waren alle Nägel rot, nur dieser ein Nagel war weiß, weil es so warm war vor der Entzündung. Und meine Kinder haben gebetet und es sind ein paar Tage vergangen und ich habe es schon vergessen. Und meine Tochter fragte mich, wie geht es denn mit mir? ja, ja ja, ja und nochmal,카락. Ich sag, ihr sei Gott, Du kennst das Purchicho, nichts, etwas für noch, einfach nur seine businessman war, ich werde dem Test. Das Purchicho ist einfach ein Gesicht Yep, ich darf euch nicht festhalten sein. Ansonsten ließen uns, was wir unsisia mal nicht ließen. ViHope ist manchmal die ganze Staaten, ich sage es did protected Gottes, Danke! Halleluja! Danke! Ich liebe Gott! Heute möchte ich noch sagen überwelt Leben mit dem Ausbruch. Damit müssen wir uns vor der Frage stellen. Und was wichtig ist, wer will eigentlich leben mit dem Ausbruch? Und wer will eigentlich leben mit dem Ausbruch? Wer will eigentlich leben mit dem Ausbruch? For denjenigen, die wollen leben mit dem Ausbruch. Für die Menschen, die es mit dem Zubysten, wird es heute mit dem Zubysten sein. Für die Zubysten ist es wichtig, dass es die Zubysten auf der ersten Stelle ist. Das, was das Zubysten mit dem Zubysten sagt, ist, dass es die Zubysten in der Zubysten ist. Es ist sehr wichtig, dass Gott nicht lügen kann. Und wenn im Wort Gottes geschrieben steht, dass ich bin gekommen, wo ich Leben zu geben, und Leben überflößt, kann Gott nicht lügen. Deswegen, wenn du deine Bibliothek öffnest, und du findest ein Offenbarung oder Verheißung, das ist das, was in dir aufbrochen wird, Gott kann nicht lügen. Denn Gott hat gesagt, dass es Ja und Amen und all das, was Jesus für mich bezahlt hat, ich möchte es haben. Und nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich möchte es haben. Alles, was Jesus für mich trinkelt hat, erinnert, 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 alles, was Jesus für mich hat, erinnert, erinnert, alles, was Jesus für mich hat, erinnert, alles, was Jesus für mich hat, erinnert, ich möchte es haben. Ich möchte mich haben. Wenn ich mir vor, wenn wir jetzt sagen würden, du gehst in den Markt, du gehst in den Supermarkt, nicht mehr, egal, welche, supermarkt, egal, welche, egal, welche. du bist, du bist, du bist, du bist, ich habe, alles, was du nimmst, das habe ich bezahlt. Jesus sagt mir, ich habe für das Leben für mich bezahlt. Amen. Und alles, was Jesus für mich bezahlt hat, ich möchte es haben. Es ist wichtig daran zu denken, dass 세상st die Heiligen hasen ist, dass man Menschen nicht sagt, geht w Т und er wird sich durch Menschen segnen. Gott braucht Menschen, die segnen und segnen werden. Amen. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Gesetzes für alle gleich sind. Genauso wie das Gesetz der Erdanziehungskraft ist für alle. Genauso wie das Gesetz des Erfolges für alle. Wenn du Gott glaubst, dass er dich versorgen wird, dann wird er das tun. Amen. Und erinnert euch und vergesst nicht, dass wir unser Leben mit unserem Bekenntnis aufbauen. Mit unserem Bekenntnis, das, was du sagst, damit erbaust du dein Leben. Und so, wie du heute lebst, ist ein Resultat dessen, was du gestern und vorgestern gesagt hast. Wenn du schon das Wort Gottes proklamiert hast, dass du dein Leben mit dem Leben nicht gefällt, und du wünschst, dass du große, kleine, oder irgendwelche Veränderungen bist, dann musst du das ändern, was du sagst. Jetzt ist der Anfang des Jahres. Und wir haben auch gar nicht gemerkt, wie, aber der Jahr war schon verflogen. Und Gott ist ein Plan für dich für dieses Jahr. Gott ist ein Plan für dich für dieses Jahr. Gott ist ein Plan für den vorigen Jahr. Aber wir haben keine Macht, die Zeit für die Veränderung dieses Jahr wiederholen. Aber wir haben eineanna einein Changmeler vor gewבה godsmarken. Wir wollen Gott mehr an oder andere Beste Cristo in groß zu teenage. Aber, da Olaf Park ist ein Plan für dich also unerwartetes Willen. Jeder könnte eine Bond für dich. Aber wir wollen, dass der shiphalte Vuos zu können. Du kannst nicht mit deinem Ressourcen das erfüllen, was Gott für dich beschreibt. Amen! Halleluja! 1. Timotheus 6.15 1. Timotheus 6.17 1. Timotheus 6.17 1. Timotheus 6.17 2. Timotheus 6.17 1. Timotheus 7.17 1. Timotheus 6.18 1. Timotheus 7.18 Den reichen der jetzigen Welt seit Gebieten. Alles wird offensichtlich im Vergleich. Im Vergleich mit vielen Afrikanern sind wir reich. Und im Vergleich mit vielen Milliardern sind wir einfach nur Kinder. Aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf den zweiten Teil dieses Verses richten. Man muss nicht unbedingt reich sein und auf das reichen Vertrauen. Und man muss nicht unbedingt reich sein und hochmütig sein. Ich wünsche ihnen, dass sie auf das Reichen setzen, sondern auf den lebendigen Wort. Der uns alles reichlich zum Genuss erreicht. Lass uns das in der neuen Übersetzung lesen. Lass uns den, die in diesem Leben sind, dass sie nicht verabschieden, und sie nicht alle ihre Hoffnungen verabschieden, nicht auf das Recht, sondern auf das Recht, sondern auf das Recht, der uns mit der Erwartung ermöglicht, die uns für die Erwartung ermöglicht. Stärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas Unbeständiges in den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen mit reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Und wer hat das? Und wer hat das? Ja, das ist. Und wer hat das? Ja, das ist. Und wer hat das? Ja, das ist. Wer mag? Wer mag? Wer mag? Wer mag? Ich weiß nicht, wie, wie, aber in der religiösen Welt das ist, wie etwas etwas Gräschiges. In der religiösen Welt wird genutzt, als etwas Söhnliches betrachtet. Aber Gott hat uns so geschaffen. Gott hat dich und mich so geschaffen. Gott hat dich und mich so geschaffen. Wie Liebe, 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 und Gemeinschaft. Und Gott sagt, dass unser Gott, Jesus, Gott, Gott, der uns mit allem nötigen versorgt zum Genuss, der uns reichlich mit allem versorgt zum Genuss. Gott, Gott, der uns reichlich versorgt zum Genuss. Gott, Gott, hat sein Sohn gesagt, und Jesus sagt, ich bin gekommen. Und ich bin gekommen. Ihr sterben, ihr habt gelitten, euch gequert, ihr habt gew сложно. Ihr habtlos, ihr habt diese Welt geleten, ihr habt gewidmet in dieser Welt. Ihr habt ihr我們 verraten. Der Tod hat euch kürzlich, ihr habt uns keines, aber ich preste, dass ihr Leben und wir leben Und Gott sagt, dass ich lebendig bin, aber auf den lebendigen Gott, der uns, der mich versorgt, dass es für die Reichen nicht für mich ist. Ich persönlich liebe das Zeugnis, wenn die Kinder Gottes von den großen Tagen Gottes Zeugnis geben. Wenn du jetzt jemand nach vorne sagst, dass sie jetzt nicht mehr von den Kopf haben, dass sie jetzt nicht mehr von den Kopf haben, dass sie jetzt nicht mehr von den Kopf haben. Ich habe den Kopf von jemandem gebetet und ich habe den Kopf gebetet, dass der Kopf ist. Ich habe den Kopf gebetet und ich habe den Kopf gebetet und ich habe den Kopf gebetet. Ich habe den Kopf gebetet und ich habe den Kopf gebetet und ich habe den Kopf gebetet. Ich habe den Kopf gebetet und ich habe den Kopf gebetet und ich habe den Kopf gebetet. Wir haben die Gebet für die Heiligkeit Gottes gebetet. Daher ist der Kopf gebetet und der Kopf ist. das ist die Wahrheit. Es gibt das Menschen, die Gott gab es für die Wahrheit, die Gott gab es für die Wahrheit. Und es gibt die Wahrheit, die Gott sei Dank. Der kennt ihr das Menschen? Wer kennt diese Menschen? Es gibt solche Menschen, die schafften, die gesagt haben, Gott ist mein Leben, ich will mich, der mir gibt, alles, 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 alle meine Nöte, für mich, für dich, für dich, für dich, für dich, für dich, Amen. Wenn du es so sagen, dann bist du, ich sage, ich sage, ich sage, mehr von euch, aber mehr gesagt. Wenn wir ehrlich sind, möchte jeder von uns füllen. Jeder von uns möchte mehr Geld und jeder von uns in sich drin möchte etwas kaufen und hat irgendwelche Wünsche. Und das ist nichts Schlechtes. Wir müssen uns daran erinnern und wissen, dass nicht dein Vermögen beurteilt ein Wissen, nicht das Geld, nicht das Geld, ich habe, nicht die Klamotten, die ich trage, beurteilt mich, nicht das Auto, in dem ich fahre, nicht das Haus, in dem ich leben, sondern mich, ich in Christus bin. Halleluja. Halleluja. скажите, Amen. Halleluja. Für das Leben ist es wichtig, zu wissen, dass Gott oben ist, und unsere Nöte unten sind. Und wir oft und in der Regel suchen, wie wir selbst unsere Nöte erfüllen können. Und wenn wir unseren Blick sehen, und nicht auf Jesus schauen, und wir schauen, wie wir unsere Nöte erfüllen können, dann fangen wir selbst unsere Versorgung zu werden. dann fangen wir selbst an unsere Versorgung zu werden. Und wenn Piotr aus der Lodke vor dem Storben, wissen Sie, als Piotr aus dem Storben aus dem Boot herausging, bis Piotr aus dem Boot aus dem Boot herausging, so lange auch Jesus schaute, stand er auf dem Walsen, er schlte auf dem Walsen, und er geht auf dem Walsen, dann ging auf dem Walsen, das, was nicht real ist. So lange du auf Jesus schaust, geschieht das Unmögliche und das Unreale geschieht. Aber sobald er seinen Blick und ihn abseckte, und er die Welt sah, und er die Welt sah, fing er an zu sinken. Sobald wir unseren Blick senken, von Jesus auf irgendwelche Unstörungen und irgendwelche Stürme in unserem Meer fangen wir an in diesem Meer unterfugieren. Wir wissen, dass unser Leben sehr einem Meer gleicht, und je höher die Oberfläche des Meeres steht, umso heller wird die Sonne, umso heller wird die Sonne, und je tiefer du gehst, umso dunkler wird es. Im Ozean gibt es Fische, die auf der Hände auf der Hände Hände und auf der Hände auf der Hände und die haben alles nach Gefühlen. Die tun alles nach Gefühlen. Unser Leben ist dem sehr, sehr gleich. Je höher wir sind, unsere Probleme, unsere Zаботы, unsere Strafi, desto mehr wir spüren. Je mehr wir spüren. Je mehr wir empfehlen, тем mehr wir sehen, wie das Licht ist. Je höher wir spüren, desto mehr wir spüren. Ich spüren. Ich spüren. Ich spüren. Ich spüren. Je höher du spüren. Umso weniger Licht Gottes siehst du in deinem Leben und umso mehr lebst du nach deinen Gefühlen. Was ich fühle, was ich nicht fühle, was ich fühle, was ich fühle, was ich fühle, was ich fühle. Und Gott wünscht, Gott ist Licht, Gott ist Licht. Wer von euch hätte schon mal in einem sehr, sehr dunklen Zimmer gefunden? Zuerst du dich in einem dunklen Zimmer vor, in dem du weißt, wie alles aufgestellt und geordnet ist? Wer von euch würde durch die Uhrze spüren? Und ach, was du hier schätzt? Ja, das nicht tun soll, wenn du in einer Luft bist, wirst du auf den Karten zu schätzt und mit dem weißt du es aufgestellt, dass du den Karten sein müsst. Ja, du hast keine verschiedenen Leute, sondern du hast das Gefühl, du hast eine Maschinen, du hast dich in einer Luft. Du hast die Wohnung nicht, was ich nicht weiß, wo du das nach deux schon vorher hast. Und wenn du nicht auf Jesus schlägst, dann beginnst du in der Zeit, wenn du nicht auf Jesus schlägst, dann beginnst du in der Nacht zu schlägst. Ich versuche mal das. Nein, das ist nicht. Aber Jesus sagt, ich bin das Licht. Schalte das Licht ein und du wirst viel schneller eine Antwort geben. Beweg dich in der Liebe. Aber Jesus sagt, ich bin das Licht. Und wir sind Kinder des Lichts. Und wir brauchen Licht, um zu sehen, was wir tun müssen. Amen. Und wenn du das erinnert, hat Jesus in Johannes 5,19 gesagt. Ja, in Johannes 5,19 Jesus sagte ihm, Ich sage uns, ich spreche uns. Aber Jesus sagte ihm, ich spreche ihm, ich spreche ihm, ich sage euch. Erinnert euch daran, was das bedeutet, wenn zweimal gesagt wird, wahrlich? Zuallererst ist es richtig. Und zweitens ist das die doppelte Wahrheit. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er dem Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Schau mal, was geschieht. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, solange er nicht spürt, dass der Vater etwas tut. Hier steht das nicht geschrieben, sondern hier steht geschrieben, solange er nicht sieht. Und man kann nur Gott sagen. Und man kann nur Gott sagen. Aber du bist doch Gott. Wie kannst du nichts tun, пока du nicht sehen, was er zu tun hat? Wir oft machen das. Wir machen es oft. Denn wir machen es sonst. Dann geht's, wir sind uns nicht, aber wir tun einfach. Und dann kommen wir wieder etwas. Dann gehen wir. Wir sagen wir weiter, was du für gut? Alles, 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 alles. Das war. Aber Jesus sagt es. Es ist eine Wahre, ich sage es Ihnen, genau das. Aber es wird gesagt, es ist eine Wahre. Ich sage es überhaupt gar nicht, dass ich etwas nicht hier liebe, Ich mache nichts, solange ich nicht zufrieden bin. Warum hat Jesus gesagt? Jesus kam auf diese Erde, wie ein Mensch. Er war 100% Gott und 100% Mensch. Und uns zeigen, dass wir Gott sind. Damit wir nichts tun, solange wir nicht den Vater tun sehen. Und was du siehst? Was siehst du? Was siehst du? Was siehst du ohnehin, wenn du siehst du, was siehst du, dem du hier verstehst, dann du determinantst, dass du siehst du, desto höher producto bist. Wenn du die Handlung hast, dass du umherst und sich gemacht hast, den du das viel weiter schlafen bist. Wie schlafen du die Handlung ist, ist denn du und du verläst, Je tiefer du dich in deinen Problemen und Sorgen vertiebst, umso höher wird der Druck auf dich. Umso weniger solltest du den Vater tun. Der Heilige Geist möchte dir heute sagen, richtet dein Blick auf Jesus. Amen. Halleluja. Matthäus 6, 33. Es ist eine sehr bekannte Bibelstelle. Ihr kennt sie alle. Es ist schon immer noch ein Lieblingsspitz. Es ist alles für euch. Es ist viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, denn wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wir kennen alle diese Bibelstelle. Wüninger ils beeilen jeden Tag 12, 13, 14, 15, 16es Wir haben einige probige Sprache, wo wir erhalten habe. Was wollen wir nach können, die Saft haben Lithium zerben compañen Jaw. früher können Sie das sind schwer in die 마지막 entstehen Heimbus spot которое Sie haben, aber versuchen wir das erste Ganze, an Little Geist. Was heißt es, zuerst das Reich Gottes zu suchen? In der erweiterten Übersetzung bedeutet das, Gottes Wege zu suchen, richtig zu handeln und richtig zu sein. Was bedeutet es, zuerst das Reich Gottes zu suchen? Was bedeutet es, zuerst das Reich Gottes zu suchen, richtig zu handeln. Du fährst mit dem Auto und jemand hat dich angeschnitten. Suchst du erst das Reich Deutsches. Was bedeutet es, zuerst das Reich Gottes zu suchen, richtig zu handeln. Du hast gehört, wie jemand etwas Schlechtes getan hat. Und du weißt, dass man es so gesagt hat, du weißt, was du richtig gesagt hast, du weißt, was du richtig gesagt hast. Das Reich Gottes zu suchen, ist Gottes Weg zu suchen, richtig zu handeln. Du gehst auf die Arbeit und man sagt dir, du bist gefeuert. Und Gott sagt, suchst das Reich Gottes zu suchen. Das heißt, es ist Gottes Weg zu suchen, richtig zu handeln. Und da ist immer ein wybuss. Und da ist immer ein выбор, sondern du kannst auf die Probleme auf den Augen auf die Probleme und du kannst auf die Probleme mit dir, wo du in dieser Arbeit hast, wie du anstattest. Oder du kannst auf den Augen auf die Probleme und du kannst auf den Augen auf Jesus und kannst du in der tube Bestehen und in der Weise zu tun, dass du in der Weise zu tun bist. Amen. Und so in der Lage, in der ganzen Situation in unserer Welt Das bedeutet, Gott ist weg zu suchen, richtig zu handeln. Wir wissen, was in eurem Moment, wenn sie stehen. Wir wissen, was in eurem Moment, wenn sie stehen. Ja? Ja? Ich kann es sich fragen, aber nicht zu viel. Kurs, nur Gott, die Geheimnis des Herzens kennen. Gut, sind wir bereit? Denn bist du bereit? Alle bereit? Das, was du wünschst, ist er zuerst. Und jetzt stellen wir die Frage, was du willst? Und jetzt stellen wir die Frage, was du willst? Aber was du willst? Was du willst? Das steht in deinem Leben, mein Erstersteller. Ich habe heute noch ein paar Fragen. 31.6. 1. 3. 4. 6. 5. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 12. 11. 8. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 16. 16. Wir reagieren dann immer wieder so. Ich weiß, dass du das brauchst, aber du brauchst nicht. Wenn Gott weiß, dass Gott es weiß, Gott weiß, dass du das brauchst. Gott weiß es. Und manchmal, wie unsere Eltern mit uns handeln, warum dich das? Warum nicht das? Warum nicht das? Warum nicht das? Warum nicht das? Wir wissen, dass wir das Buch anrufen, dass es in Luki gibt, dass es uns das Buch anrufen, dass Gott weiß. Wir wissen, was du brauchst, aber du brauchst nicht. Du brauchst nicht, was du brauchst. Wir müssen das, was du brauchst. Und wir, wie alle Kinder, wir brauchen das Buch anrufen. Und wir, wie alle Kinder, wir brauchen das Buch anrufen. Wir brauchen Puma. Wir brauchen Puma. Ich muss gut aussehen. Gott sagt, Gott sagt, was wollen wir essen oder was wollen wir essen. Was wollen wir quater. Und du sagst, was wollen wir essen oder was wollen wir essen oder was wollen wir trinken? Du willst, was der Christa Untertitel weiß. Denn mein lieblicher Vater weiß. Wenn du also unsere Probleme dann hat, wenn wir sagen, wieprosch, 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 wiek speed ich kaufen? Wohin soll ich gehen? Was soll ich mir kaufen? Как только ты начинаешь искать этого, твой взгляд опускается с Иисуса на твои нужды. И ты погружаешь по глубокому заботе этого мира. Так же, как и все мирские люди. Ты начинаешь искать, что тебе пить, в какой ресторан пойти, что я могу себе позволить, что не могу. Вот эту машину я хочу, а эту могу себе позволить. Вот эту хочу, эту хочу, и никакую не могу позволить. Послушайте, Бог знает, что вы имеете в нужду. Для того, чтобы послушайте меня внимательно. Для того, чтобы Бог обеспечить тебя, в том, что ты нуждаешь, потому что ты нуждаешь, тебе нужно поднять свой взгляд на Иисуса, и верить ему, что он даст тебе это. У тебя каждый день есть выбор. У тебя каждый день или верить в Слово Божье, или опустить свой взгляд и решать свои проблемы своими руками. Знаете, кто-то из нас здесь сидит и думает. Жизнь испытывает. кто-то, кто-то сидит и думает. Но это же нереально. Я знаю, что я могу заработать своими руками. Я знаю, какой бюджет у моей семьи есть. У меня есть, что он такое бюджет. Кроме я передним 10 минут. Я говорю, что все наши проблемы не изменятся. Ничего не изменилось. Где-то давайте мы дочитаем. И когда речь идет о жизни с испытками, твои люди начинают вебить. И твои люди начинают очень громко говорить и твой опыт начинает очень громко говорить. Но Бог говорит. Aber Gott sagt, ich kenne deine Not. Und so wie ich notiere, der lebendige Gott erfüllt unsere Nöte vollständig zum Genuss. Amen. In Jesaja 1,19 steht geschrieben. Jesaja 1,19 Jesaja 1,19 Если захотите и послушайте, то будете вкушать благой Земле. Jesaja 1,19 Если захотите и послушайте, то будете вкушать благой Земле. Sie müssen Sie uns fragen, ob Sie sich zuimmen. Drei von der didisiere Erreger – Drei von der Zierkarte. Herr von der Zierkarte hat er noch nicht. Sie können sich den Zierkarte zu machen, man nicht weitergeht. Die Kinder uns das Erreger mit ihnen zum Beispiel haben, sie wissen. Drei von der Zierkarte – Drei von der Zierkarte. Der Zierkarte – Drei von der Zierkarte kann. Sie kennen wir, es sind die Zierkarte. Wir sehen, wenn wir Menschen sehen in einem guten Haus oder einem guten Haus, dann sterben sie sich an eine große Reihe. Obwohl wir als Kinder des lebendigen Gottes denen alles Gäufe und Selber gewöhnt, ich sage nicht, dass wir diesen Reichen wollen, und ich sage, such zuerst etwas, was ihr wollt, was ihr vorhin noch nie habt, was ihr zuvor gesucht habt, und nicht behauptet, was ihr zuvor gesucht habt, und nicht behauptet, wenn ihr Gott anerst werdet, wenn euer Blick auf Jesus nicht gerichtet ist. Ich sage nicht mein Wort. Ich muss keine Rechenschaft für das ablegen, was ich jetzt sage. Gott antwortet für sein Wort. Aber wenn, wissen Sie, einige Menschen, sie können nicht für ihr eigenes Wort einstehen. Ich sage, du mache das. Ich sage, ich mache das. Ich sage mal hier. Ich sage, ich mache das. Ich sage, in einer ersten Stunde gehen Sie. Irgendwelche irgendwelche Ruchstaedame des Gäses Stroms? Ich sage, dass ihr euch nicht macht. Ich sage, dass ihr euch nicht macht. Und wenn dein Wort kein Gewicht hat, dann kannst du nicht verstehen, was ein Gewicht das Wort braucht. Ach so wenn er gesagt hat, dann das sage, dass ich mich nicht machen, aber Wenn er gesagt hat, dass es ja ist, dann erinnert sich nicht. Na diesem Liedsing-Grunden würde man gut sagen, Amen. Aber ich würde sagen, Amen. Gott hat sich nicht erinnert. Es ist sein Wort. Und er sagt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch essen. Und er sagt, seid ihr wenig und groß, dann sollt ihr das Gute des Landes essen. Amen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch hören. Seid ihr willig und gehörsam. Es gibt eine Sache, die Gott macht. Es gibt eine Sache, die Gott macht. Und es gibt eine Sache, die Gott ist. Alles, was du brauchst. Es ist alles, was du brauchst. Es ist auf dein Herz zu achten, damit dein Blick auf Jesus gerichtet. Es ist alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst. Es ist alles, was du brauchst. Es ist alles, was du brauchst. Also, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Es ist alles, was du brauchst. És alles, was du brauchst. Damit auf dich realistisch. Und du sagst, nein, das ist nicht möglich. Aber wenn du ein Leben nur auf uns haben möchtest, dann musst du dich daran erinnern, dass Gott nicht Jesus hat. Jesus sagt, in Johannes 8,44, dass der Teufel ein Lügner ist. Er ist der Vater der Lüge. Nicht das Wort Gottes, was in deinem Leben erfüllt wird, ist die Lüge. Der Teufel ist ein Lügner. Und unser Gott sagt die Wahrheit. Amen. Alleluia. Gott sagt die Wahrheit. Und wirst du, dass Gott, unser Gott, andauernd wächst? Там, wo Gott ist. Da wo Gott wächst. Er wächst und wächst alles, was du ihr wirst. Und dass wir uns erweitern. Und dass wir uns erweitern. Die Wahrheit ist, dass es unser Glauben wächst. Und dass unser Überfluss wächst. Dass unser Überfluss wächst. Und dass wir uns erweitern. Das heißt, du sagst, was Gott sagt, oder du redest, wie Gott redest. Wenn du den Vater gesehen hast, oder wenn du ein Wort gehört hast, komm her. Das heißt nicht, dass kein Widerstand kommt. Aber das heißt, dass neben diesem Widerstand auf deinem Leben eine Gnade liegt. Помните, was das Gnade ist? Das ist eine übernatürliche Weise. Wenn Gott in deinem Leben ein Wort spricht, dann setzt er seine Gnade frei. Er hat seine Gnade frei. Er hat alles, was du brauchst. Er hat alles, was du brauchst. Er hat alles, was du brauchst. Es ist einfach nur deine Lippen zu öffnen und das auszusprechen, was Gott dir gesagt hat. Gott sagt dir, dass du dein Wort hast. Du hast dein Vater, dein Leben und dein Vater. Alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst. Jetzt gehst und du brauchst. Alles, was du brauchst. Seid ihr willig, was du brauchst. Versuchst. Neue Gnade frei, erfangst. Und du sagst, was Gott sagt. Weil Gott, was du sagst. Gott sagt dir, was Gott sagt. Er hat überrascht niemals diese Welt sein, ohne uns auszulösen, um Sieger zu sein in diesem Leben. Wir müssen es uns als Regeln machen. Nichts zu tun, solange wir nicht den Vater tun oder den Herrn sagen hören. Auf welcher Ausbildung soll ich sein? Wer soll ich einladen? Ist es diese Wohnung oder diese Wohnung? Bekomme ein Walsch vom Herrn. Und danach bewege ich Gott. С миром, aber bewege dich. Wenn du ein Walsch vom Herrn bekommen hast, und es nicht erfüllst, dann gerätst du in Gefahr. Weil du bist mit Ungehör. In diesem Augenblick gleich für Jona, der wegläuft. Und Gott sagt dir ein Walsch vom Herrn. Und sagt dir etwas, was du tun. Nicht, dass du in deinem Leben andere sagst. Nein? Wenn Gott dir etwas sagst, dass du in deinem Leben sagst, es heißt er, dass er ihm Volt hat, dass er eine bessere Gesundheit hat. Menschen, die mit ihren Gefühlen leben, gehen durchs Leben in einem gesenkten Kopf. Menschen, die in der Tiefe leben, mit Gefühlen leben, gehen umher mit einem niedergesenkten Kopf. Menschen, die unten leben, leben unter einem großen Druck. Menschen, die unten leben, leben und denken und leben in kategorien, in denen das Traum antwortet ist. Sie lernen etwas durch Leib, durch Probleme, durch Trauer. Sie lernen nicht durch die Offenbarung Gottes. Amen? Aber wenn du deinen Blick auf Jesus gerichtet hast, dann wirst du den wirkenden Vater sehen. Dann wirst du durch Offenbarung lernen. Wirst du, wenn wir in unserem Leben Angst zulassen, dann ist unser Glaube angegriffen. Lass uns Geremia 17.5 aufschlagen. Geremia 17.5 So spricht der Herr. Schließe des Herrn. So spricht der Herr. Stimmt der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht, und dessen Herz vom Herrn weicht. Wisst ihr, was es heißt, dass sein Herz vom Herrn weicht? Es ist ein Mensch, der den Herrn kennt, aber der nicht vorher ihn oder sein Reich sucht. Es ist der, der aufgehört hat darüber nachzudenken, was Jesus am Kreuz getan hat. Es ist ein Mensch, der seinen Blick gesehen hat und der mit Gefühlen lebt, weil er sein Fleisch zu seinem Arm macht. Ich werde für mein Leben sein, ich kaufe mir ein Auto, ich mache dieses oder jenes. Wenn du dein Fleisch zu deinem Arm macht, dein Herz entfernt sich dein Herz vom Herrn. Der 6. Vers. Er wird wie ein Wester in der Pusten und nicht sehen, wenn das Wetter kommt. Er wird wie ein Wester in der Pusten und nicht sehen, wenn das Wetter kommt. Er wird sein wie ein Kabel in der Einwälde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dünnen Wüsten strechen hausen, in einem seltenen Gland, wo niemand wohnt. Ein Mensch, der sein Fleisch zu seinem Arm macht. Er ist wie ein Kabel in der Pusten. Und er wird in der Pusten in der Pusten, in der ihm schlecht wird. Und er wird in dünnen Wüsten strechen hausen, in dem ihm schlecht wird. Er wird in der Pusten und nicht mehr in einem seltenen Land, wo niemand wohnt. Er wird in der Pusten, in einem seltenen Land, wo niemand wohnt. Und jetzt schaut mal über die Pusten und 8. Vers. Er wird, wie ein Kabel, der die Gott glaubt, und der Gott ist. Er wird, wie ein Kabel, wie ein Kabel in der Pusten. Er wird, wie ein Kabel, das in der Pusten und seine Kabel vorliegen. Er wird, wie ein Kabel in der Pusten und nicht so oft, wenn es zu ihrer Sägen. Er wird, wie ein Kabel in der Pusten, und nicht so oft. Denn er wird sein Bärenmauch, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstrengt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern wenn seine Blätter bleiben blühen, auch in einem dürrigen Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er wird nicht auf Flucht zu bringen. Wenn dein Blick auf Kakao kommt, wenn der Herr deine Kupfersicht lässt, das heißt nicht, dass es in deinem Leben keine Dürre geben wird. Das bedeutet, dass die Dürre genau zu dir kommt, wie zu einem anderen. Irgendwelche Dürre oder sonst was. Aber Gott sagt, wenn du auf mich betrachtst, 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 wenn du auf sich getrachtst, dass du auf mich betrachtst, wenn du auf mich betrachtst. Du wirst wie ein Baum sein, der seine Schwurze und der sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün und in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er wird nicht zu sorgen. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er wird nicht zu sorgen. Wenn dieser Strauch nicht einmal der einigste Schatten specken kann, dann kann der Baum, dann kann der Mensch, der auf den Herrn vertraut in der dürren Jahreszeit genauso viel Frucht bringen, wie ein Mensch. Aber das ist sie und ich. Amen! Halleluja! Wir leben in dieser Welt, die Gott nach seinem Wort geschaffen hat. Und alles in dieser Welt, alles Gute und alles Schlechte, wird durch Lippen und Worte kontrolliert. Amen! Wir können nicht außerhalb dieses Systems leben. Wir können aussehen, was wir sagen. Wir können aussehen, was wir sagen. Aber wir können nicht sagen, ich werde nicht in diesem System leben, in dem die Worte Macht haben. Wir können nicht sagen, ich werde nicht in diesem System leben, in dem die Worte Macht haben. Wir können nicht in diesem System nehmen, wir können presen. Ich werde nicht in diesem Team leben leben. Und sie sind in diesem System leben, wir können in diesem Buch risuchen. Und es ist in diesem Feld leben. Wir werden nicht auf dem Boden. Und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Und Gott sagte, dass es wird Licht. Und es wurde Licht. Stellt euch dieses Bild einmal vor, die Erde war wüst und leer, und Gott schaut auf die Erde, eine vollen Fünsternis. Wenn Gott in diesem Augenblick das gesagt hätte, was er in diesem Moment gesehen hat, was er in diesem Moment gesehen hat, und es wäre ewige Fünsternis. Aber Gott schaute auf die Erde und sprach das unexistente Anhalt, und er sprach, es wäre Licht, und es wurde Licht. Und wir wissen, dass unsere Erde sich erweitert mit Lichtgeschwindigkeit, und wenn du das sagen wirst, was wir in der Tiefe gesehen haben, wenn Gott in diesem Moment gesehen hat, dass es so gut ist. Alles ist schlecht. Jetzt kann ich das Leben. So wird es deine Leben langer Zeit. Aber wenn du den Blick auf Gott schauzt in diesem Moment, dann wird es du wieder in diesem Moment, wie er es bedeutet, dass es so ist, wie er es bedeutet, dass es bei Gott gibt. Wenn du so schnellst, wenn Gott nachvollziehst, dann wird es Licht in diesem Moment, und das Licht wird. Und wenn du es in diesem Moment, dann wird es Sinn, was und es wird. Und es wird es Sinn, wenn du in diesem Moment und es wird sein. Und es wird es sein, was du tun, was du tun? Im Licht Gottes wirst du den Vater tun sehen und du wirst das tun, was er macht. Und du wirst das tun, was er macht. Amen. Amen. Wenn man nichts daran erinnert, ist, dass du sie auf die Kopf genau steinert. Und wir erinnern uns an solche Stronen und einen Baum, der eine Waffe nicht vermittelt. Amen. Amen. Ich möchte nicht sagen, was daschingste wird. Wir sind vor Neuem Geburt, vor Oberömer abgeboren. Wir haben eine Berufung. Wir sollen nicht leben, wie diese Welt ist. Wir sollen nicht leben, wie diese Welt wirkt. Wir sollen nicht leben. Zu haben wir zu haben, zu gehen. Wir haben Gott, der gesagt hat, dass er El Shaddai ist. der gesagt hat, dass er ein lebendiger Gott ist. Er sorgt sich um oder versorgt unsere Nöte. Er entschuldigt. Er entschuldigt. Er entschuldigt. Er entschuldigt. Er macht alles. mit meinen eigenen Händen und mit meinen eigenen Händen, wo ich mich selber versuche, aber jetzt möchte ich meinen Blick auf dich richten und sagen, dass du meine Skala, du mein Gott, 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 du mein Gott. Alleluia! Und ich werde wie D 10, ent35, wie ein Baum herausgebtes Kuchen r flow wo es ausschließlich Das ist ein Blähter Glück, der aufbauen ist, der die seine Brunsel des Blas, der das Herz mit seinem Herz hat dir, der das Herz von der Herzen, der sagt, Gott, Möchtes, Gott, Möchtes, Gott, Möchtes, ich mich auf dich verraue. Herr Schuf, du weißt, alle meine Werte.